Im Anschluss jetzt, meine Damen und Herren, eine Reihe von Beratungen ohne Debatte. Das dauert gut zehn Minuten. In dieser Zeit wollen wir Sie informieren über andere wichtige Dinge dieses Tages, melden uns dann aber gleich wieder mit der Debatte um die Entsorgung des Atommülls, die kerntechnische Entsorgung. So heißt es hier. Wir machen einstweilen weiter mit Mareike Bokan in Bonn. Dankeschön, Claudius Krönert. Russlands Politik der vergangenen Monate und Jahre hat schwere Spannungen mit dem Westen ausgelöst. In Fragen des Syrienkriegs und der Ukraine-Krise liegen vor allem Putin und US-Präsident Obama meilenweit auseinander. Dementsprechend hatten viele Beobachter damit gerechnet, dass Putins Rede zur Lage der Nation heute voller Konfrontation stecken würde. Allerdings zu Unrecht. Der russische Präsident gab sich ungewohnt handzahm und betonte seine Kooperationsbereitschaft mit dem Westen. Ansonsten lag sein Fokus eher auf der Innenpolitik. Ein Präsident auf dem Höhepunkt der Macht. Wladimir Putins Auftritt im Moskauer Kreml weltweit mit Spannung verfolgt. Es ist die 13. Rede zur Lage der Nation, die Russlands Präsident vor mehr als 1000 Gästen hält. Abgeordnete, Minister, Geschäftsleute und Religionsführer sind geladen. Es gibt heute genug Schwierigkeiten und Probleme. Wir haben die Ursachen erkannt und das Wichtigste, wir sind uns sicher, dass wir sie gemeinsam überwinden werden. Fast ausschließlich um Innenpolitik dreht sich Putins Rede. Der Präsident beschwört die Einheit, spricht über Tier- und Naturschutz in einem Moment, in dem Russlands Außenpolitik drängende Fragen aufwirft. Die Lage in Syrien, auch in den russischen Fernsehnachrichten ein Top-Thema. Der Blick ist nur ein anderer. Russische Soldaten als Helfer, die Menschen retten und Hilfsgüter verteilen. So sieht Moskau seine Rolle in diesem Krieg. Fast am Ende seiner Rede gibt Putin die Parole zu internationaler Zusammenarbeit mit den USA aus. Moskau als gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe. Das Zusammenwirken von Russland und den Vereinigten Staaten bei der Lösung globaler und regionaler Probleme entspricht den Interessen der ganzen Welt. Mehr als eine Stunde zur Lage der Nation, in der Putin auch ein Signal an die Weltgemeinschaft gesendet hat. Russland will und wird mitbestimmen über die Entwicklung in Syrien und auch in der Ukraine. Russland sucht Freunde in der Welt. Das ist einer der interessantesten Sätze aus der Rede zur Lage der Nation von Wladimir Putin. Diese Rede drehte sich in erster Linie um das Thema Innenpolitik. Putin hat sich aber auch zum Thema Außenpolitik geäußert und da hören wir jetzt rein. Es ist allen gut bekannt, dass in den letzten Jahren wir mit Versuchen konfrontiert waren des äußeren Druckes. Ich habe mich schon mehrfach darüber geäußert. Es wurden alle möglichen Müffen in Gang gesetzt über russische Aggression, Propaganda, bis hin zur Einmischung in die fremden Wahlen, bis hin zur Hetze gegen unsere Sportler, selbst der Paralympiker. Und es gibt kein Unglück ohne Glück. Dieser sogenannte Dopingskandal wird uns erlauben, das fortschrittlichste System zur Bekämpfung dieses Übers zu schaffen. Ich gehe davon auf, dass das nationale Programm zur Bekämpfung des Dopings bereits Anfang des nächsten Jahres sein wird. Also solche bestellten Informationskampagnen, solche verschiedene falschen Beschuldigungen, diese Belehrungen, das haben wir schon eigentlich genug. Wenn es nördlich sein wird, dann können wir auch die anderen belehren. Aber wir verstehen unsere Verantwortlichkeit und wir sind aufrichtig bereit, bei der Lösung der internationalen und regionalen Probleme uns zu beteiligen. Selbstverständlich, dort wird unsere Beteiligung notwendig. Wir wollen keine Konfrontation. Wir brauchen keine solche Konfrontation. Auch unsere Partner brauchen sie nicht. Und die Weltgemeinschaft nicht. Im Unterschied zu manchen ausländischen Kollegen, die in Russland einen Gegner sehen, haben wir niemals Feinde gesucht. Wir brauchen Freunde. Aber wir werden nicht zulassen, dass wir benachteiligt werden, dass man uns beachtet. Wir wollen selbstständig über unser Schicksal verfügen. Wir wollen unsere Zukunft und unser Gegenwart selbst bauen. Ohne Fremden vorsagen. Und dabei sind wir eingestellt auf gleichberechtigten Dialog zur Bestätigung der Gerechtigkeit in internationalen Angelegenheiten. Wir wollen, dass stabile Beziehungen im 21. Jahrhundert gebaut werden. Leider in dieser Hinsicht, die Jahrzehnte, die nach dem Ende des Kalten Krieges vergangen sind, praktisch vergeblich verstritten sind. Wir sind dafür, dass die Entwicklung nicht gewählt ist, sondern alle da ist. Wir sind für den Respekt gegen das Völkerrecht. Und wir sind gegen jegliche Monopole und Ausschließlichkeiten. Und wir sind gegen Versuche, für sich bestimmte wirtschaftliche Vorteile zu schaffen, die Zensur einzuführen und unseren Raum einzubeschränken. Man wirft uns vor, dass wir Zensur innerhalb des Landes einführen. Und jetzt üben Sie sich selbst darin. Russland entwickelt weiter die positive Agenda bei der Entwicklung solcher Einrichtungen wie UNO, die Gruppe der 20er, ORDKP, BRICS und andere. Die Prioritäten der Außenpolitik Russlands waren und bleiben die Vertiefung der Zusammenarbeit innerhalb des eurasischen Raums zusammen mit den anderen GUS-Staaten. Das gemeinsame Interesse ist für uns auch die Schaffung eines mehrstufigen Modells in Eurasien, einer großen Partnerschaft. Ich bin überzeugt, eine solche Gespräche werden gefragt, auch mit den EU-Staaten. Dort steigt die Nachfrage für selbstständige, subjektbezogene politische und wirtschaftliche Ausrichtung. Wir haben das gesehen anhand der Wallen. Ein großes Potenzial der Zusammenarbeit Russlands mit dem Pazifikraum zeigte das fernöstliche Forum, das in diesem Jahr stattgefunden hat. Ich bitte die Regierung, alle Entscheidungen umzusetzen im fernen Osten. Und ich betone nochmals, aktive östliche Politik Russlands wird diktiert, nicht durch irgendwelche konjunkturelle Überlegungen des heutigen Tages. Und selbst nicht durch die Abkühlung der Beziehungen zu USA und EU, sondern durch die langfristigen nationalen Interessen und Tendenzen der internationalen Entwicklung. Unter jetzigen, keinesfalls einfachen Verhältnissen, die wichtigste Faktor zur Sicherung der regionalen und globalen Sicherheit ist, die russisch-chinesische Zusammenarbeit. Es gilt als Vorbild einer Weltordnung, das gebaut ist, nicht auf der Grundlage der Dominanz einer der Seiten, sondern auf der harmonischen Berücksichtigung der Interessen beider Seiten. Zurzeit wird China zur Wirtschaftsweltstadt. Und das ist wichtig, dass unsere gegenseitige Kooperation wird ergänzt, durch viele umfangreiche Projekte in vielen Bereichen, im Handel, Investitionen, Hightech. Die wichtige Ausrichtung der Außenpolitik ist die besonders privilegierte Zusammenarbeit mit Indien. In Folge der im November stattgefundenen Verhandlungen auf der höchsten Ebene, bestätigten, dass unsere Staaten über ein gewaltiges Potenzial bei der Vertiefung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen haben. Wir hoffen, dass wir auch Beziehungen entwickeln werden mit unserem östlichen Nachbarn Japan. Und wir begrüßen die Bestrebungen der Regierung dieses Landes, die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland zu entwickeln. Wir sind bereit, auch mit der neuen Administration der USA zusammenzuarbeiten. Es ist wichtig, die bilateralen Beziehungen auf der gegenseitigen und gegenseitig vorteilhaften Grundlage zu machen. Die Zusammenarbeit mit USA und Russland entspricht den Interessen der ganzen Welt. Wir haben die gleichen Interessen bei der Sicherung der Sicherheit. Ich möchte sagen, die Versuche, strategische Parität zu brechen, sind äußerst gefährlich und können zu globalen Katastrophen führen. Das dürfen wir für keine Sekunde vergessen. Und natürlich rechnen wir, dass wir die Verbindungen mit USA stärken bei der Bekämpfung einer realen Gefahr und keine erdachten, eben Bekämpfung des Terrorismus. Diese Aufgabe lösen unsere Militärs in Syrien. Den Terroristen wurde ein entsetzlicher Schlag versetzt. Die Armee und Flote Russlands haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, weit entfernt von den ständigen Dislozierungsorten effektiv tätig zu werden. Übrigens, wir sehen, welche Arbeit auch die Mitarbeiter der Sondereinheiten innerhalb des Landes bei der Bekämpfung des Terrorismus führen. Wir haben dort auch Verluste. Das beachten wir natürlich und wir werden diese Arbeit weiter fortführen. Ich möchte mich bei allen unseren Soldaten bedanken für Professionalismus, Edelmut, für Mut und auch dafür, dass sie, Soldaten Russlands, ihre Würde verteidigen und die Ehre und Würde Russlands schätzen. Sehr geehrte Kollegen, wenn das Volk sich im Recht fühlt, wenn das Volk geschlossen handelt, dann marschiert es sicher den Weg. Die letzten Jahre hatten wir es nicht leicht, aber diese Prüfungen haben uns noch stärker gemacht, in der Tat noch stärker. Die haben uns geholfen, noch besser die Ausrichtungen festzulegen, wo wir noch hartmäkiger arbeiten müssen. Indem wir die laufenden Schwierigkeiten überwinden, haben wir die Basis geschaffen für die Weiterentwicklung. Wir haben die Agenda der Entwicklung weiter auch entwickelt. Das heißt, wir haben uns nicht im Kleinkram des Alltags vertieft. Wir haben uns nicht allein mit den Problemen des Überlebens beschäftigt, sondern wir haben die Agenda der Entwicklung bearbeitet. Und jetzt ist diese Agenda an der ersten Stelle. Und die Zukunft unseres Landes hängt nur von uns, vom Talent und von dem Fleiß unserer Bürger. Und wir werden unsere Aufgaben schaffen. Wir werden die Aufgaben von heute und von morgen ganz sicherlich gut bewältigen. Ich danke Ihnen. Ja, das war Putins Rede zur Lage der Nation. Und an dieser Stelle gehen wir wieder zurück nach Berlin zu meinem Kollegen Claudius Grünert. Die Fraktion das Wort. Ja, vielen Dank, Mareike Bokan. Hier geht jetzt gerade die nächste Debatte los. Es geht um die Entsorgung der kerntechnischen Abfälle. Sie wissen vielleicht, es hat eine Regierungskommission gegeben unter Leitung von Jürgen Trittin, Ole von Beust und Matthias Platzeck. Wie nun umzugehen sei, das war die Frage mit diesen Abfällen. Ergebnis ist ein Fonds, in dem die Betreiber der Atomkraftwerke 17,4 Milliarden Euro einzahlen. Das wird sicher nicht die Gesamtsumme sein, die diese Entsorgung kosten wird. Jetzt die Debatte im Plenum spricht Hubertus Heil für die SPD-Fraktion. Bündnis 90 Die Grünen sind als Grüne Partei 1980 über diese Frage mit entstanden. Sie sind sozusagen diejenigen, die als erste Partei an ihrer Wiege sozusagen klarer Kernkraftgegner war. Die deutsche Sozialdemokratie hat trotz der Tatsache, dass es auch in den 70er- und 80er-Jahren schon massiven Widerstand gab, allerdings erst 1986 auf dem Nürnberger Parteitag sich für den geordneten Ausstieg aus der Kernkraft ausgesprochen. Die Linkspartei oder ihre Vorgängerparteien sind seit 1989, 1990 Gegner der Kernkraft und CDU, CSU und am Ende des Tages seit 2011 nach dem furchtbaren Unglück in Fukushima auch entschieden. Was will ich damit sagen, meine Damen und Herren? Eine übergroße Mehrheit in diesem Land der Bürgerinnen und Bürger ist am Ende dieser Auseinandersetzung zu Kernkraftgegnern geworden. Alle demokratischen Parteien in Deutschland sind mittlerweile für den Ausstieg aus der Atomkraft. Und das ist ein gutes Zeichen. Deshalb ist es Zeit, diese gesellschaftliche Auseinandersetzung ein für alle Mal zu beenden. Das heißt auch, dass wir im Jahre 2022 erleben werden, dass das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz geht. Das heißt aber auch, dass wir in unserer Generation dafür sorgen müssen, dass die Abwicklung der Erblasten des atomaren Zeitalters von unserer Generation auf den Weg gebracht wird. Und das heißt ganz konkret und mit dem heutigen Gesetzentwurf, den wir einbringen, in zwei Bereichen dafür zu sorgen, dass wir auch zukünftigen Generationen das hinterlassen, was unsere Aufgabe ist. Dazu gehört die Verantwortlichkeit für die Atomabfälle, die neu geregelt werden muss, die Betreiber der Kernkraftwerke sind auch in Zukunft für die gesamte Abwicklung und Finanzierung von Stilllegungen, Rückbau und Verpackung der radioaktiven Abfälle zuständig. Das ist ihre Verantwortung. Und der Bund übernimmt dann allerdings auch die klare Verantwortung für Zwischen- und Endlagerung. Finanziell bedeutet das, dass die Betreiber der Atomkraftwerke dafür 17,3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen müssen. Das sind die Rückstellungen plus eines Risikozuschlages in Höhe von 6,1 Milliarden Euro, also insgesamt 23,4 Milliarden Euro, die der Staat sichern wird, und zwar in einem Fonds, der diesem Ziel gewidmet ist. Es gilt aber auch nach wie vor im Sinne des Verursacherprinzips die Nachhaftung, meine Damen und Herren. Der Strukturwandel in der Energiewirtschaft, bedingt durch den Atomausstieg, aber bedingt durch die gesamte Energiewende, führt zu veränderten Strukturen, gerade in den großen EVUs. Wir erleben das in diesen Tagen. Und deshalb muss klar sein, dass der Staat auch weiterhin diejenigen in Verantwortung nimmt, nämlich die in den Unternehmen, die verantwortlich sind. Es gilt auch da der Satz, Eltern haften für ihre Kinder. Bei Zahlungsunfähigkeit von Kernkraftbetreibern müssen deren Mutterunternehmen die Kosten für Rückbau und Entsorgen tragen können. Der Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, den wir heute in erster Lesung nicht nur als Regierungsentwurf, sondern dafür bin ich sehr dankbar, dass das möglich war, als gemeinsamen Fraktionsentwurf von CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen vorliegen, hat eine Basis in einer Kommission, die gründlich und kompetent und, wie ich finde, sehr umsichtig mit unterschiedlichsten persönlichen Historien und Interessen dafür gesorgt hat, dass jetzt Vorschläge vorliegen, die wir in gesetztes Form umsetzen können. Und ich möchte für die Arbeit dieser Kommission einmal ganz herzlich danken. Da waren viele daran beteiligt, auch viele Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen dieses Hauses, kompetente Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften. Aber namentlich möchte ich denjenigen danken, die diese Kommission geleitet haben. Das ist Ole von Beust, das ist Matthias Platzig und es ist nicht zuletzt Jürgen Trittin, die dazu geführt haben, dass es ein einstimmiges Votum gegeben haben, auf deren Basis wir jetzt diesen Gesetzentwurf machen können. Ich möchte den Kollegen Trittin persönlich ansprechen und ihm herzlich danken, weil er, wie, finde ich, wenige andere in seinem Leben, einen Beitrag dazu geleistet hat, diese gesellschaftliche Auseinandersetzung nicht nur heftig zu führen, sondern auch zu einem guten Ende zu führen. Das hat er getan als zuständiger Minister für Umwelt- und Reaktorsicherheit in der Regierungszeit von Gerhard Schröder, als gemeinsam Gerhard Schröder, Jürgen Trittin und Werner Müller mit den Energieversorgungsunternehmen den geordneten Ausstieg aus der Atomkraft im Jahre 2000 schon einmal vereinbart hatten. Das hat er getan in Oppositionszeiten und das tut er auch in der Zusammenarbeit dieser Kommission und seiner parlamentarischen Arbeit. Also, Jürgen Trittin, ich hoffe, ich schade dir nicht zu sehr in deiner Fraktion, indem ich mal ganz herzlich Danke sage für das, was du jetzt getan hast und was du auch in der Vergangenheit getan hast. Das Ergebnis dieser KfK ist eine wirklich gute Grundlage für den heutigen Gesetzentwurf. Ich gebe aber zu, es wird noch heftige Arbeit vor uns liegen in kürzerer Zeit. Wir wollen unverzüglich, also ohne schadhaftes Verzögern, aber auch gründlich dafür sorgen, dass das ein guter Gesetzentwurf ist. Wir werden deshalb das, was vorliegt, noch einmal diskutieren müssen an der einen oder anderen Stelle. Und ich sage, eines ist mir ganz wichtig. Wenn es notwendig ist, dieses Gesetz zu machen und wenn es notwendig ist, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den EVUs und dem Staat zu schließen, damit die Rechtsfolgen auch alle bedacht sind, dann habe ich eine klare Erwartungshaltung an die Energieversorgungsunternehmen in Deutschland, meine Damen und Herren. Nämlich die Klagen, die gegen den Staat gerichtet sind, im Zuge des Atomausstieges zurückzunehmen. Wenn wir diese Risiken, wie gesagt, nicht im Sinne einer Staatsbeihilfe, denn das darf es nicht sein, auch nach EU-Recht, sondern im Sinne von Verantwortungssicherung in diese Form überführen, die ich eben beschrieben habe, dann muss klar sein, dass alle den Krieg um die Atomkraft beenden müssen, auch diejenigen, die ihn verloren haben. Und das heißt, da darf es kein Nachtreten geben. Und deshalb muss dafür gesagt werden, dass wir nicht nur gesellschaftlichen, sondern Rechtsfrieden haben. Meine Damen und Herren, wir brauchen genug Kraft, um nach vorne zu schauen, gemeinsam, um die Energiewende zum Erfolg zu führen. Und wir dürfen nicht in Schlachten der Vergangenheit stecken bleiben. Gesellschaftliche Auseinandersetzungen sind verantwortungsvoll zu beenden, gerade in diesen Zeiten. Wir müssen in Deutschland nach vorne gucken. Das atomare Zeit hat er hinter uns lassen. Und jetzt mit diesem Gesetz einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Finanzierung eben auch möglich ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hubertus Heil war das, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, der hier zum einen Jürgen Trittin von den Grünen persönlich gedankt hat für seinen Einsatz und zum anderen die Energieversorger aufgefordert hat, ihre Klagen gegen den Staat wegen des Atomausstieges zurückzuziehen. Weiter geht es mit Hubertus Zäbel für die Linksfraktion. RWE und EMBW ein Problem haben, springt nicht nur die Bundesregierung. Sondern dieses Mal springt sogar fast das gesamte Parlament. Was unter dem verharmlosenden Titel einer Neuordnung der Atommüllentsorgung beschlossen werden soll, hat offensichtlich nur einen Grund. Den Atomkonzernen soll ein richtig großes, fettes Weihnachtsgeschenk unter die Tannenbäume gelegt werden. Die Verantwortung für den Rückbau der Atommeiler soll zwar bei den Konzernen bleiben, aber gegen eine Einmalzahlung von etwas über 23 Milliarden Euro, mein Vorredner hat gerade darauf hingewiesen, sollen die Atombarone von sämtlicher Verantwortung für ihren Atommüll befreit werden. Sie hatten die Gewinne. Für die Bürger bleiben die Atommüllberge und die Kosten. Seit vorgestern liegt der Gesetzentwurf von CDU, CSU, SPD und Grünen vor. Heute findet die erste Lesung dieses äußerst komplexen Artikelgesetzes im Plenum statt. Morgen ist die Anhörung mit den Experten, die den Entwurf bestenfalls überfliegen konnten. Und schon in der nächsten Sitzungswoche wollen sie dieses kostspielige Artikelgesetz verabschieden. Die ganz große Mehrheit des Parlaments erklärt sich selbst zur Farce und zur bloßen Abnickmaschine. Das ist erschreckend. CDU, CSU und SPD und unter Trittin als Umweltminister, auch die Grünen, hatten Jahrzehnte, um die Probleme bei der Finanzierung der Atommülllagerung zu regeln. Das haben sie verpennt. Heute sagen sie, wir werden es gleich sicherlich noch hören, man müsse ja jetzt handeln, weil man einem nackten Mann, den Konzernen, nicht in die Tasche greifen könne. Beziehungsweise, wenn man jetzt nichts tue, wäre das Geld weg. Unglaublich, was hier abgezogen wird. Die Konzerne stecken sicher in einer Strukturkrise, aber sie sind potent genug und haben genügend Substanz. Und es gibt keinen vernünftigen Grund, um sie aus der Nachschusspflicht und ihrer Verantwortung für die Kostenrisiken für die Atommülllagerung zu befreien. Jahrzehntelang galt als Versprechen, die Atomkonzerne zahlen die Atomzeche auch für die Atommülllagerung und den Rückbau der Meiler. Dieses Versprechen wird nun, wie so viele in der miesen Geschichte der Atomenergienutzung, gebrochen. Erneut zum Schaden und auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Erschreckend, dass es hierfür einen Schulterschluss der Großen Koalition mit den Grünen gibt. Sie wetten auf die Zukunft und setzen das Verursacherprinzip außer Kraft. Die dem Gesetzentwurf zugrunde liegende Kostenschätzung ist auf Sand gebaut. Nach allen Erfahrungen werden die Kosten der Entsorgung steigen. Das zeigt zum Beispiel auch die Asse jetzt ganz aktuell im Übrigen. Das wissen Sie auch alle hier. Auch der Bundesrat hat sich in der letzten Woche klar geäußert. Ich habe sehr genau zugehört, dass insbesondere die Grünen-Minister dort vorgetragen haben. Die Länder wollen nicht auf den Mehrkosten sitzen bleiben und fordern, im Gesetz klipp und klar zu regeln, dass der Bund die Kostenverantwortung ohne Wenn und Aber übernimmt. Das ist ja schon mal eine sehr deutliche Aussage. Ob die prognostizierte langfristige vierprozentige Verzinsung der in den Fonds einzuzahlenden 23 Milliarden Euro tatsächlich eintritt, weiß niemand zum jetzigen Zeitpunkt. Dabei geht es allerdings auch nicht nur um Peanuts, sondern um riesige Beträge in zweistelliger Milliardenhöhe. Es kann also richtig dicke für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kommen. Eine Nachschusspflicht der AKB-Betreiber oder die Pflicht, Rücklagen zu bilden, das wäre eine Alternative dazu. Wir reden ja bisher immer nur über diese vermaledeiten Rückstellungen, nicht über Rücklagen. Diese Pflicht besteht nicht, die ist auch nicht vorgesehen im Gesetz. Einmal zahlen und der Turmüll ist in den Bilanzen der Konzerne für immer vergessen. Dazu kommt ja noch, dass auch die Brennelementesteuer jetzt ausläuft, wodurch die Konzerne noch mal zusätzlich entlastet werden sollen. Was mit der Trittin-Kommission anfing, wird hier fortgesetzt. Es ist unglaublich dreist und skandalös, wie eine ganz große Koalition sehenden Auges das nächste Milliardengeschenk für die Stromkonzerne vorbereitet. Seien Sie gewiss, mit uns ist eine Verlagerung der Kosten für den Atommüll auf die Bürgerinnen und Bürger nicht zu machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kritik von Hubertus Zebel an dieser Kommission und ihrer Arbeit und ihrem Kompromiss mit der Industrie. Er hat den Widerstand seiner Fraktion angekündigt. Weiter geht es jetzt mit Michael Fuchs, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben vor etwas über einem Jahr mit der Kommission begonnen zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs. Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet. Als ich das erste Mal die Liste der 19 Kommissionsteilnehmer gesehen habe, war mein Gedanke, das wird ja eine muntere gruppendynamische Übung. Wenn ich gesehen habe, dass da der Präsident des BDI neben der Direktorin des WWF saß oder dass da 30 Jahre Kernenergiegeschichte, namentlich mir gegenüber sitzend, in Deutschland in einem Raum pro und kontra saßen, dass da Schreckgespenster der Kernenergiegegner, aber auch genauso Schreckgespenster der Kernenergiebefürworter waren. Und wir hatten, und das war wahrscheinlich gut so, einen leibhaftigen Bischof bei uns. Der hat am Ende dafür gesorgt, dass wir himmlischen Beistand hatten. Und es deswegen möglich war, dass diese Kommission zu einem vernehmlichen, einheitlichen Konzept gekommen ist, was wir einheitlich beschlossen, und zwar einstimmig beschlossen haben. Entscheidend war, wir haben in der Kommissionsarbeit eben nicht die Schlaften der Vergangenheit geschlagen. Wir haben Ideologie außen vor gelassen, und das war auch richtig so. Uns ging es um eine sichere, und Hubertus Heil hat das gesagt, zukunftsfeste Lösung, die vor allen Dingen dem Verursacherprinzip Rechnung trägt und die eine Vielzahl von Streitereien im Bereich der Kernenergie rechtlich und politisch befrieden und beenden soll. Alles in allem glaube ich, die Kommission hat eine vernünftige Arbeit abgeliefert. Mein Dank geht daher an die Mitglieder der Kommission, vorrangig aber auch an die drei, Hubertus Heil hat sie eben schon erwähnt, Vorsitzenden Ole von Beust, Matthias Platzeck und Jürgen Trittin. Lieber Herr Trittin, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das, ich habe auch eigentlich nie für möglich gehalten, dass ich in diesem Hause mal einen Grünen lobe. Aber wenn es Ihnen schadet, ist es ja gut so. Deswegen ein herzliches Dankeschön besonders an Sie. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte mir am Anfang der Kommissionsarbeit eine so vernünftige Arbeit zusammen nicht vorstellen können. Klar ist aber auch, die Kommissionsarbeit war nur das Vorspiel. Das Entscheidende kommt eben jetzt, und wir beginnen damit heute. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist eine ordentliche Grundlage. Er zeichnet wesentliche Weichenstellungen der Kommissionsarbeit nach. Und auf dem Gebiet können wir, oder mit diesem Gesetzentwurf können wir weiter haben. Erstens. Die Betreiber der Kernkraftwerke bleiben für die Stilllegung und den sicheren Rückbau zu 100 Prozent zuständig und verantwortlich und natürlich auch in der Zahlungsverpflichtung. Zweitens. Für die Zwischen- und Endlagerung übertragen die Energieversorger die Finanzmittel auf einen Fonds beim Bundesfinanzminister. Grundlage sind rund 17,4 Milliarden Euro, die die Energieversorger hierfür zurückgestellt haben, die man ja auch in den Bilanzen sehen kann. Und die Kommissionsarbeit hat gezeigt, dass diese Rückstellungen, und das sollte die Linke zumindest wahrnehmen, auch im internationalen Vergleich eher konservativ gerechnet sind, als denn zu hoch. Hinzu kommt ein Risikozuschlag, den wir gemeinsam errechnet haben mit rund 6 Milliarden Euro. Das sind immerhin noch mal 35 Prozent obendrauf. Am Ende also ein Gesamtbetrag von annähernd 23,5 Milliarden, die auch von unabhängigen Gutachtern der Bundesregierung als sachgerecht bestätigt wurden. Im Umkehrzug werden die Energieversorger nach Zahlung dieses Betrages von einer Nachschusspflicht befreit. Dieser Ansatz ist für mich sachgerecht. Er hat das Verursacherprinzip strikt umgesetzt. Er hat dafür gesorgt, dass die Mittel für Zwischen- und Endlagerungen in Zukunft nicht mehr bei den Unternehmen sind, sondern beim Staat. Umgekehrt gewinnen die Energieversorger dann aber auch Planungssicherheit und auch wieder ein Stück weit Bilanzsicherheit, was meiner Meinung nach dringend notwendig ist. Denn in der letzten Zeit kann man wahrlich nicht behaupten, dass es denen gut geht. Man gucke sich einfach nur die Verlustbilanzen an. Am wichtigsten ist für mich aber die dritte zentrale Weichenstellung der KfK-Empfehlung. Die operative und finanzielle Verantwortung für die Zwischen- und Endlagerungen wird zukünftig beim Bund zusammengeführt, und zwar für den schwach-, mittel- und auch hochradioaktiven Abfall. Das heißt aber auch, der Staat hat es in Zukunft allein in der Hand, mit den Geldern für die Zwischen- und Endlagerungen effizient zu wirtschaften. Und es gibt jetzt auch keine Ausreden mehr. Das muss schnell gemacht werden. Wie geht es zum Beispiel schnell? In Finnland kann man das nachsehen. Vor zwei Tagen hat in Finnland der Bau eines Endlagers begonnen. Olkiluoto heißt das im Südwesten Finnlands. So gebe ich zu, dass Finnland etwas weniger besiedelt ist als Deutschland. Aber man hat vor, bis 2023 dieses Endlager so weit zu haben, dass es beschickt werden kann, dass die Abfälle dort eingelagert werden können. Und das ist auch der richtige Weg. Wir haben ein Budget von 23,5 Milliarden Euro, was ab dem Frühjahr dieses Jahres dem BMF zur Verfügung steht. Damit muss gehaushaltet werden, und das ist im Interesse des Steuerzahlers. Dass bei einem vernünftigen Verfahren es möglich ist, innerhalb von einem absehbaren Zeitraum ein Endlager zu finden, ist klar. Wir dürfen aber dann jetzt auch keine Endlosdiskussion in diesem Hohen Hause beginnen, wo wir permanent darüber nachdenken, ob wir nicht hier und dort und überall noch ein Bohrloch machen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt von Gorleben in den Bayerischen Wald, vom Bayerischen Wald in den Schwarzwald, vom Schwarzwald in den Hunsrück und dann von mir aus noch irgendwo in der Heide ein weiteres Loch bohren. Nein, wir müssen uns irgendwann mal entscheiden, und das muss auch politisch durchgesetzt werden. Und das muss dieses Hohe Haus auch verantworten. Dann werden wir mit diesen Summen mit Sicherheit hinkommen, denn anders werden wir das nicht geregelt bekommen. Wichtig ist auch, dass wir für den schwach- und mittelradioaktiven Abfall endlich den Knoten bei Schachkonrad durchhauen müssen. Denn hieran hängt ja auch ein Stück weit der Rückbau der Kernkraftwerke. Ich halte es für notwendig, dass wir dort vorankommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf einen effizienten Fluss der Finanzmittel zwischen Fonds und Betreibergesellschaft achten. Und es ist genauso wichtig, dass der effiziente Mitteleinsatz ständig überwacht wird. Wir haben eine Kommission gebildet, die dieses tun wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir das in großer Verantwortung gemeinsam tun werden. Wichtig ist mir auch, dass wir die Sicherheit nach dem international festgelegten Trennungsprinzip im Eurotomvertrag zwischen atomrechtlicher Aufsicht und Betrieb klar trennen und sauber dieser Frage Rechnung tragen. Sicherheitsfragen dürfen mit nichts vermischt werden. Die richtigen Strukturen und Vorgängungen hierfür zu schaffen, das ist unsere Aufgabe im parlamentarischen Verfahren. Ich gehe davon aus, dass wir das in Kürze machen werden und dass wir mit dem nächsten Jahr das Kernkraftzeitalter in Deutschland in geordneten Bahnen abwickeln werden. Danke. Michael Fuchs war das für die CDU-CSU-Fraktion, deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. Er hat alles in allem die Ergebnisse der Kommission hier begrüßt und angemahnt. Die Republik müsse sich nun konsequent auf die Suche nach einem Endlager machen. Weiter geht es jetzt mit Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen. Er ist schon mehrfach in dieser Debatte angesprochen worden. Seit 2001 heißt das Atomgesetz Gesetz zur geordneten Beendigung der Atomenergie. Seit 2011 haben wir hierüber einen Konsens. Seit 2009 übrigens, Kollege Fuchs, da sollten Sie noch mal in das von Ihnen mit verabschiedete Standortauswahlgesetz gucken, haben wir auch einen Konsens in diesem Hause darüber, wie man ein entsprechendes Endlager für den Müll findet. Denn mit der Beendigung des atomaren Leistungsbetriebs ist ja nicht das Atomzeitalter vorbei. Heute sprechen wir über die Chance zu einem dritten Konsens, nämlich den Konsens darüber, wie man die Kosten, die man dafür braucht, und das sind bis zu 170 Milliarden bis 2099, wie man diese Kosten entsprechend sichert. Ich sage Ihnen deutlich, dieses Gesetz kommt mit 15 Jahren Verspätung. Ich erinnere mich noch gut, wie zum Zeitpunkt des Ausstieges die Unternehmen sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, dass sie diese Mittel in einen Zweckverband übertragen. Der Grund war einfach. Sie wollten mit hohen Rückstellungen Steuern sparen. Sie wollten dieses nutzen als eine Kriegskasse im Konkurrenzkampf. Das ist Ihnen nicht gut bekommen, und das ist übrigens der Gesellschaft nicht gut bekommen. Nach zehn Jahren Blockade dieser Sache sieht es bei E.ON, bei RWE, bei Vattenfall, bei EnBW so aus, dass sie keine EEG-Anlagen haben, dass sie mit ihren Kohle- und ihren Atomkraftwerken kein nennenswertes Geld mehr verdienen. Erst jüngst musste E.ON 9,3 Milliarden erneut abschreiben. Ihre Börsenkurse haben sich halbiert. Und aus dieser schönen Kriegskasse, die man mal hatte, der Rückstellung ist eine Belastung ihrer Kreditwürdigkeit geworden. Und dann haben sie versucht, sich hiervon zu entledigen. Durch Umbau, Umstrukturierung, durch Enthaftung plötzlich haftete der schwedische Staat nicht mehr für Vattenfall. Und genau diesem Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen, schieben wir heute gemeinschaftlich einen Riegel vor. Wir haben als Grüne immer dafür plädiert, dass man das über einen öffentlich-rechtlichen Fonds macht. Das hat die Bundesregierung lange geleugnet, dass das überhaupt nötig sei. Nun hat Ihnen Ihr eigener Gutachter von Wart und Klein ins Stammbuch geschrieben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass, wenn die Beträge fällig werden, die Erlöse der Unternehmen das noch decken. 50 Prozent. 50 Prozent, das ist, als würden Sie eine Münze werfen, nur dass das in diesem Fall eine 170-Milliarden-Münze ist. Und ich finde, mit diesem Risiko sollten wir alle nicht mehr leben wollen. Es drohte nämlich, dass die Unternehmen aus ihrer Verantwortung sich entschienen und dass die Steuerzahler das bezahlen, was sie als Stromkunden schon mal bezahlt haben. Es drohte die Aushebelung des Verursacherprinzips. Und dem beugen wir mit diesem Gesetzentwurf vor. Wir haben das sehr gründlich geprüft in dieser Kommission. Wir haben Bürgerinitiativen, Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Ratingagenturen, also alles, was da irgendwas zu sagen konnte, eingeladen in öffentlichen Anhörungen. Das Ergebnis ist, die Höhe der heutigen Rückstellungen sind international vergleichbar, eher am oberen Rand. Und sie sind, so das Ergebnis der Kommission, angemessen, um die Kosten von insgesamt 170 Milliarden am Ende zu sichern. Das Problem ist nicht die Höhe. Das Problem, vor dem wir stehen, ist, dass diese Mittel nicht mehr sicher sind. Und darum geht es. Und deswegen schlagen wir vor, CDU, CSU, BDI, DGB, WWF, all die dort vertreten waren, dass künftig wie feucht verfahren wird. Die Unternehmen müssen bis 2040 60 Milliarden aufbringen, um rückzubauen und zu verpacken. Dafür müssen sie künftig ihre Rückstellung mit Aktiva unterlegen. Und das wird von der Bundesregierung unter Kontrolle des Bundestages kontrolliert. Und sie müssen unverzüglich anfangen mit dem Rückbau. Und das andere, sie müssen die Mittel für die Zwischen- und Endlagerung in einen öffentlich-rechtlichen Fonds überführen. Und das sind die 17 Milliarden. Und sie müssen, wenn sie sich enthaften wollen, noch mal über 6 Milliarden obendrauf legen, auf einen Risikozuschlag, den sie bisher nicht hatten. Ein schönes Weihnachtsgeschenk übrigens, wenn ich mal eben 23 Milliarden, die ich bisher nur in den Büchern stehen hatte, rausreichen würde. Ich habe mir ein Geschenk bisher anders vorgestellt, liebe Kollegen von der Linken. Und wir haben erwartet, dass die Unternehmen alle klagen, die sich auf die Entsorgung beziehen, fallen lassen. Ich finde, dass damit das Verursacherprinzip sehr viel besser gesichert ist. Wir schaffen mehr Sicherheit. Wir müssen nicht mehr bangen oder wie die Linkspartei hoffen, dass die Konzerne bis 2099 nicht pleite gehen und nicht irgendwelchen Hedgefonds verkauft werden. Und wir hätten dann tatsächlich so etwas wie einen neuen Konsens. Ich will aber eins zum Abschluss in aller Deutlichkeit sagen. Zu einem solchen Konsens passt es nicht, wenn die Unternehmen weiterhin gegen den ersten Konsens, gegen den Ausstieg Schanzersatzklagen machen. Sei es vor Oberlandesgerichten, sei es vor Schiedsgerichten in Washington. Konsens bedarf des Rechtsfriedens. Und deswegen erwarten wir, dass auch solche Klagen zurückgenommen werden. Dann wird aus dem Ausstiegskonsens ein Entsorgungskonsens. Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen, der hier die Ergebnisse der Regierungskommission noch einmal erläutert hat. Auch er erwartet eine Rücknahme der Klagen der Energieversorger. Nina Scheer für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin. Ich möchte anfangen nochmal mit der Frage, wie wir überhaupt zu dieser Situation kommen konnten. Und man muss ja konstatieren, dass im Grunde genommen diese Fragen, die wir jetzt klären, schon zu Beginn der Atomenergienutzung hätten geklärt werden müssen. Man hätte eigentlich die Betriebsgenehmigung für Atomkraftwerke gar nicht erteilen dürfen, wenn genau die Dinge, die wir jetzt, Jahrzehnte später klären, damals schon geklärt worden wären. Man hätte eine Verpflichtung damit formuliert, die wahrscheinlich verhindert hätte, dass wir je Atomenergie genutzt hätten. Ich will damit sagen, es wurde damals unterlassen. Und das war eine politische Entscheidung, es zu unterlassen. Und genau dieses lässt sich über Jahrzehnte nicht mehr zurückschrauben. Und genau darin liegt auch jetzt die politische Verantwortung, das noch an Möglichkeiten zu retten, was aus politischen Erscheinungen heraus an Vermögenssicherungen stattfinden kann, um eben zu vermeiden, das, was auch gerade eben schon geschildert wurde, dass eben Geld verloren geht für die Nachsorge, für die ganze Abwicklung der Atomenergienutzung und die Endlagerung. Insofern, denke ich, ist es ein überfälliger Prozess, der jetzt eingeleitet wird, der, wie gesagt, überfällig ist und insofern jetzt eingeleitet werden muss. Und diese Zäsur, die mit diesem Gesetzentwurf nun gemacht wird, hat natürlich im starken Maße das Verursacherprinzip zu berücksichtigen. Das Verursacherprinzip sagt ja im Grunde genommen, dass die Verantwortlichkeit komplett bei den Atomkraftwerksbetreibern liegt. Und natürlich ist das auch die Erwartungshaltung, die in der Öffentlichkeit zu sehr viel Misstrauen führt, wenn es darum geht, dass wir jetzt nun eine Enthaftungsregelung quasi schaffen mit der Fondlösung und den Abwicklungsfragen. Und ich denke, wir müssen in der Öffentlichkeit ganz klar deutlich machen, dass uns das sehr bewusst ist, dass wir hier eine grundsätzliche Verantwortung der Betreiber haben über das Verursacherprinzip, aber gleichwohl auch damit umgehen müssen, dass, wenn wir keine Regelung treffen, dass wir möglicherweise eine Gesamtlast beim Steuerzahler haben. Insofern bleibt uns nichts anderes übrig, als eben diese Lösung so bald wie möglich jetzt zu gestalten und möglichst auch mit natürlich parlamentarischer Gestaltung. Wir haben mit der Kommission eine sehr gute Vorlagearbeit vorliegen. Wir haben eine sehr gute Vorarbeit geleistet bekommen. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass im parlamentarischen Prozess noch weitere Veränderungen vorgenommen werden. Ich sehe zum Beispiel, das wurde auch schon erwähnt, eine ganz große Aufgabe darin, dass natürlich die Klagen zurückgenommen werden. Es kann nicht sein, dass wir hier verhandeln müssen. Und es ist ein Verhandlungsbereich notwendig. Im öffentlich-rechtlichen Vertrag müssen die Details geklärt werden. Die können wir gesetzlich nicht regeln, aber die können wir uns an einen Tisch setzen mit den Konzernen, die gleichzeitig die Bundesrepublik Deutschland verklagen. Das geht nicht. Deswegen müssen wir unbedingt zu einer Klagerücknahme kommen. Ich möchte auch so weit gehen, zu sagen, die Betreiber sollten sich vergegenwärtigen, dass wir durchaus Gestaltungsmöglichkeiten haben, wenn sie das nicht tun. Natürlich könnte man darüber nachdenken, ob denn nicht die konsensual gefundene Vermögensbemessung, ob die noch so stichhaltig ist, wenn im Nachhinein sich der Vermögensmasse noch zulasten des Staates verschieben würde. Das könnte man ja noch machen. Insofern möchte ich auch einen Appell an dieser Stelle an die Konzerne richten, dass sie sich das gut überlegen sollten, ob sie in diesen Prozess hineingehen, ohne die Klagen zurückgenommen zu haben. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, den wir uns parlamentarisch vornehmen sollten. Wir haben ja die verschiedenen Segmente der Haftungsregelungen darin. Also einmal den Bereich des Rückbaus, der Verpackung. Das ist noch weiterhin in der Verantwortlichkeit der Betreiber. Insofern ist es auch nicht ganz richtig, was hier vorhin dargestellt wurde. Und dann haben wir eben den Bereich der Zwischenlagerung und der Endlagerung. Und wir haben ja mit dem Nachhaftungsgesetz schon im letzten Jahr versucht, das ist übrigens von der Union leider damals blockiert worden, schon den einen Bereich zu regeln, nämlich, dass das Vermögen nicht verloren gehen kann, entweder durch die Insolvenz von Unternehmen oder aber durch Aufspaltung von Unternehmen. Wir haben jetzt einen großen Bereich mit dem vorliegenden Gesetzentwurf schon damit gesichert, dass eben weder durch Aufspaltung noch durch Pleite gehen von Konzernen ein Vermögensverlust stattfindet. Aber für einen kleinen Teilbereich haben wir es noch nicht geschafft. Das betrifft eben gerade den Rückbau und die Verpackung. Und genau in diesem Bereich des Risikos, wenn hier etwas passiert, da denke ich, sollten wir auch als Parlamentarier noch mal genau hingucken, ob wir da nicht noch Nachbesserungen haben. Die Kommission konnte das nicht aufgegriffen haben in vollem Umfang, weil sie ja noch gearbeitet hat, als auch noch das Nachhaftungsgesetz in Arbeit war, in parlamentarischem Prozess war. Insofern denke ich, müssen wir da an dieser Stelle noch mal ein bisschen genauer hingucken. Als allerletzten kleinen Punkt möchte ich nur noch sagen, dass es mir auch sehr daran gelegen ist, dass man die Mittel, die im Fonds aufgefangen werden, dass man da auch darauf achtet, dass die Geldanlagen, die dort stattfinden, dann bitte schön nachhaltig sind. Die sollten nicht auf verstecktem Weg dann doch wieder zur Finanzierung von irgendwelchen Kernenergiegewinnungsdingen landen oder auch anderweitig nicht nachhaltigen Energiegewinnungsmöglichkeiten. Da, finde ich, sollten wir auch noch schwer darauf legen, dass dafür eine Regelung getroffen ist. Vielen Dank. Soweit Nina Scheer für die SPD-Fraktion Nista. Letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Georg Nüßlein für die CDU-CSU. Frau Präsidentin! Meine Damen! Meine Herren! Der Ausstieg aus der Kernenergie steht fest. Wir alle erleben momentan auch politisch, wie schwierig es ist, die Kernkraftwerke unter den Restriktionen des Klimaschutzes in einer verlässlichen und kostengünstigen Art und Weise zu ersetzen. Neben dieser Großbaustelle kommt eine andere mit dem Kernenergieausstieg im Zusammenhang stehende Großbaustelle, nämlich die Frage des Rückbaus, der Zwischenlager und der Endlager. Alle Redner vor mir, und ich möchte das auch tun, haben betont, wie wichtig in dem Zusammenhang der gefundene Konsens ist. Ich spüre schon manchmal, übrigens bei der Kollegin Scheer hat es sich mal ganz am Anfang auch so angedeutet, wie die alten Kampflinien uns noch tatsächlich beschäftigen. Auch wenn man sich die, gilt für beide Seiten, keine Sorge, also da differenziere ich nicht. Auch wenn man sich unsere Energiepolitik ansieht, dann erlebt man, wie stark wir da oft nur auf das Thema Strom fixiert sind. Das ist etwas, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir Wärme, Verkehr und solche Dinge etwas vernachlässigen, weil wir aus der alten Kampfposition heraus natürlich eine Energiebebatte immer unter dem Gesichtspunkt des Stroms und der Kernenergie geführt haben. Ich würde mir wünschen, dass wir bei dem Gesamtthema mit dem heutigen Tag auch so nach und nach herausfinden. Natürlich ist es schwierig, einen solchen Konsens zu finden. Aber es gab zwei Dinge, die uns von Anfang an Michael Fuchs vereint haben. Nämlich erstens, dass uns allen miteinander in der Kommission klar war, dass das Verursacherprinzip nicht infrage gestellt wird. Und zweitens, dass es darum geht, die Verursacher tatsächlich in die Haft zu nehmen, und zwar dauerhaft, und das durchsetzen zu können, dass es uns nicht zulasten des Steuerzahlers geht, so wie uns die Linke das jetzt gern unterjubeln möchte an der Stelle. Ich finde Ihre Weitsicht, die Sie sonst in wirtschaftspolitischen Fragen nicht so unter Beweis stellen, schon bemerkenswert, dass Sie sich hierher stellen und sagen, Sie hätten ganz klare Erkenntnisse, dass die Versorger substanziell so gut aufgestellt sind, dass Sie das auch in Zukunft noch könnten. So habe ich Sie jedenfalls verstanden. So haben Sie es auch formuliert. Das halte ich für falsch, und deshalb glaube ich, dass wir zu Recht hier Handlungsbedarf gesehen haben. Nun ist es eine komplizierte Materie, sowohl was den Abdiskontierungszinssatz angeht. Da spült uns der Herr Tragi manches an Tragik in die Bilanzen, auch in andere Bilanzen übrigens. Und es ist eine komplizierte Materie hinsichtlich der Frage, wie groß ist denn so ein Risikoaufschlag? Und umso bemerkenswerter ist es, dass man uns dann, auch wenn das nicht mathematisch genau geht, wenn es da keine Dinge gibt, die unumstößlich sind, am Schluss geeinigt haben auf etwas, was als Konsens hier so wichtig ist. Nun ist das in der Tat, das möchte ich auch betonen, Verdienst von Herrn Trittin. Das ist natürlich jetzt, wenn die CSU mit dem Lob anschließt, der Totalschaden für den Grünen wahrscheinlich. Das kann sein. Aber Sie haben natürlich sehr integrativ Ihre Seite mit zur Verantwortung gezogen. Das fand ich bemerkenswert. Und das kann man nicht oft genug in einer solchen Debatte herausstellen, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen auch, für mich hat diese Thematik natürlich auch eine regionale Bedeutung. Bei mir ist nicht nur das Kernkraftwerk Gunt-Remmingen im Wahlkreis, sondern damit auch ein Zwischenlager. Da könnte ich jetzt zur Rolle von Herrn Trittin seinerzeit etwas anderes, weniger Gutes sagen. Wir haben uns das Zwischenlager jedenfalls an der Stelle nicht gewünscht. Aber ich will nicht sagen, es ist akzeptiert bei mir, sondern es wird hingenommen als unvermeidbares Übel. Und ich sage Ihnen auch, da muss man kein Prophet sein, es wird hingenommen, solange das Kernkraftwerk läuft. Ich weiß, da bin ich sicher, dass sich die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger in der Sekunde des Abschaltens, was das Zwischenlager angeht, komplett ändern wird. Und deshalb glaube ich, dass es ein guter Ansatz ist, dass wir uns nicht nur um das Geld kümmern, sondern auch um die Verantwortlichkeit des Staates und klar machen, für dieses Zwischenlager ist am Ende der Staat zuständig und insbesondere und gerade auch für die Sicherheit dieses Zwischenlagers, weil das, glaube ich, eine vertrauensbildende Maßnahme für die Menschen ist. Und natürlich sage ich Ihnen auch, die Menschen haben eine Erwartung, dass das Zwischenlager das ist, was der Name andeutet, nämlich eine Zwischen-, eine Übergangslösung und nicht ein faktisches Endlager. Und deshalb wächst natürlich mit der Übernahme durch den Staat noch mehr unsere Verantwortung, dafür zur Sorge zu tragen, dass es am Schluss diese Endlagermöglichkeit tatsächlich gibt. Und da bin ich noch mal beim Verursacherprinzip. Natürlich sind die Konzerne verantwortlich für das, was sie da verursacht haben. Aber sie sind nicht verantwortlich zu machen, meine Damen und Herren, wenn es in Zukunft Ränkespiele geben sollte bei der Thematik Endlagersuche. Und auch das haben wir sehr weise bei dem, was wir hier beschließen wollen, mit eingeplant, dass sie nicht für politische Schwierigkeiten in Verantwortung gezogen werden. Denn das, meine ich, sollten wir und dürfen wir unserer Wirtschaft nicht antun. Ich glaube aber umgekehrt, dass das, was ich hier heute gehört habe, zum Klageverzicht, durchaus etwas ist, was man mit denen offen und offensiv diskutieren muss. Natürlich gehört es zu der Frage eines gemeinsamen Konsens, dass man sagt, wir führen auch nicht gerichtlich die Auseinandersetzungen von gestern und vorgestern. Das sehe ich auch so. Und deshalb halte ich es für entscheidend, dass wir in dieses Gesetz einbauen, die Möglichkeit, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen. Ganz klar. Und das ist auch deshalb wichtig, weil natürlich sich die Konzernführer nach dem Aktienrecht gar nicht so einfach tun, auf Klagen zu verzichten. Übrigens auch nicht auf Klagen zu einer Gesetzlage, so wie wir sie hier beschließen wollen. Auch da geht es ja um die Frage, wenn wir denen was aufoktroyieren, ist es dann für die möglich, einfach zu sagen, das machen wir nicht. Und ist es überhaupt ein Ansatz aus der Thematik, aktienrechtlich rauszukommen? Und ich glaube, da ist der öffentlich-rechtliche Übertrag ein entscheidender Ansatz, das nochmal anzugehen. Ob man Ihnen, Kollegin Scheer, die Anlagestrategie, ob man die jetzt gemeinschaftlich schon im Gesetz beschließen müssen, was denn das Bundesfinanzministerium mit dem Ihnen zuwachsenden Geld tun soll. Mir wäre es wichtig, dass Sie es so intelligent anlegen, dass der Diskontierungszinssatz, dass der tatsächlich auch mit der Realität in Zukunft was zu tun hat, das ist eine Nummer, die schwer genug ist. Herr Kollege Nüßler, ich warte verzweifelt auf eine Atempause, weil die Kollegin gerne eine Zwischenfrage stellen wollte. Und ich wissen wollte, ob Sie das zulassen. Wenn die Kollegin selber kein Rederecht hatte, dann kann sie ja zur Zwischenfrage bestellen. Wunderbar. Ich werde schon noch dazu reden, keine Sorge. Ja, ja, das mache ich mir. Aber jetzt, ich wollte Ihnen gerne, es ist schon ein bisschen her, der Punkt, zu dem ich Sie fragen möchte, aber Sie haben ja Ihre Rede noch im Kopf. Sie hatten vorhin gesagt, man dürfte den Konzernen nicht, sie nicht in die finanzielle Verantwortung nehmen, wenn es um politische Schwierigkeiten bei der Endlagersuche geht. Und da habe ich mir jetzt doch überlegt, was Sie denn für politische Schwierigkeiten bei der Endlagersuche meinen könnten. Und ich möchte Sie fragen, meinen Sie da zum Beispiel, dass das Land Bayern, das ja vorab schon mal erklärt hat, dass bei ihm selber überhaupt nichts in Frage kommt, für ein Endlager sich vielleicht dann weigert, wenn man tatsächlich in diesem Land auch zu Ergebnissen kommt, diese Ergebnisse zu akzeptieren. Ist das in diesem Sinn gemeint, politische Schwierigkeiten? Liebe Kollegin, die Einschätzung Bayerns fundiert auf einer Würdigung der geologischen Situation, die das aus unserer Sicht an der Stelle unmöglich macht. Was ich gemeint habe, ist mit politischen Ränkespielen, das, was wir bei Gorleben schon einmal erlebt haben, nämlich das Thema, dass es bis zum heutigen Tage nach hohen Investitionen keine technischen Einwendungen gegen Gorleben gibt und unter anderem Sie alles dafür getan haben, um das Thema Gorleben aus der Endlagersuche komplett rauszuhalten. Das ist, was ich meine, dass man also nicht nur, weil die einen oder anderen an der Stelle unwillig sind, die Konzerne am Schluss zur Kasse bieten kann. Das kündigen Sie ja für Bayern schon einmal an. Das ist es. Na gut. Warten Sie doch mal ab, wo wir mit unserer geologischen Einschätzung an der Stelle tatsächlich recht haben. Das wird sich weisen, meine Damen und Herren. Im Übrigen glaube ich, dass wir jetzt immerhin die Hoffnung haben, dass wir dieses Gesamtthema zügig so voranbringen, wie es unserer Verantwortung entspricht, dass wir die Konzerne in der Verantwortung halten und dass wir alles dafür tun, dass keine neuen Kampflinien an der Stelle aufbrechen. Ich wünsche mir auf allen Ebenen an der Stelle Rechtsfrieden. Das würde der Thematik gut tun. Denn wie ich einleitend gesagt habe, haben wir genügend andere Linien, andere Schwierigkeiten, wo wir uns jetzt etwas einfallen lassen müssen, wie wir dieses Land klimaschutzgerecht, aber auch so, dass Versorgungssicherheit und Preis passen, mit Strom versorgen. Das wäre unsere eigentliche Aufgabe. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören. Jörg Nüßlein war das für die CDU-CSU-Fraktion der letzte Redner in dieser Debatte um die Ergebnisse einer Regierungskommission, die verhandelt hat mit den Energieversorgern in Deutschland, nicht nur um die Abschaltung der Atomkraftwerke, sondern vielmehr um das Restrisiko, das besteht bei dem Rückbau der Atomkraftwerke und bei dem Atommüll. Alles in allem, wenn man von der Linksfraktion und deren Redner absieht, sind die Ergebnisse der Kommission hier begrüßt worden. Dieser Punkt wird jetzt beraten in den Ausschüssen und dann hier wieder hervorgeholt. Man darf davon ausgehen, dass zwar ein Gesetz vorgelegt werden wird, dass es aber weitgehend dem entspricht, was hier jetzt bereits beraten worden ist.